Herzlich willkommen zu den Airline News Nummer 21. Mein Name ist Thomas Joop, ich bin der Flugexperte von der Webseite fluggesellschaft.de. Obwohl seit der letzten News Nummer 20 nur sieben Tage vergangen sind, habe ich genauso viele News wie beim letzten Mal, nämlich knapp 20 Stück. Die habe ich kompakt bei Twitter gesammelt und möchte euch die jetzt vorstellen. Es ist wieder für jeden was dabei, es sind günstige Flieger in Europa, aber auch die Langstrecke und vor allen Dingen betrifft das fast alles das nächste Jahr 2017. Das verspricht also aus fliegerischer Sicht interessant zu werden. Es gibt nur einen Wermutstropfen, eine Fluggesellschaft, die so ein bisschen Sorgen bereitet und darüber sprechen wir ganz am Schluss meiner News. Bleibt also dran! Beginnen möchte ich mit der News 21, mit der Fluggesellschaft, mit der ich bei der News 20 noch geendet habe, und zwar mit der Norwegian. Die kommen nach Nordrhein-Westfalen, nach Düsseldorf und das haben die veröffentlicht am Dienstag. Vorher gab es ein paar Gerüchte, ich habe es einfach ins Blaue getippt, dass sie vielleicht kommen könnten und die Spotter unter euch, die wussten auch schon vorher Bescheid, die sind auch etwas fuchsiger als ich. Die haben nämlich zum Beispiel bei Reiseveranstaltern geschaut und die Norwegian, die war schon bei Jahnreisen zu finden. Das sehen wir hier, Planespotting Duss hat das zu meinen Händen geschickt. Diesen Screenshot, Jahnreisen seht ihr hier, und zwar diese Flüge ab Düsseldorf. Abends gehen die hin nach Mallorca und zurück in der Mittagszeit und die kann man bei Jahnreisen buchen. Das Besondere dabei, es ist sogar schon Rail & Fly inklusive. Ja, dann habe ich mich ein wenig darüber beklagt, dass so Ziele wie Mallorca dabei sind. Kennt man ab Düsseldorf schon, gibt es auch schon. Schöner wäre ja London, Paris oder Oslo gewesen. Dahin zu den Hubs, so nennt man das, die Umsteige, Flughäfen, Drehkreuze, wo es die Langstrecken von der Norwegian gibt. Aber auch hier haben die Nachrichten mich längst überholt. Es gab ein Interview in der Wirtschaftswoche mit dem Vize-Chef, den sehen wir hier, das ist der Thomas Ramdahl, und der hat über seine Pläne am Flughafen Düsseldorf gesprochen und sagte, dass sie vorhaben, ab 2018 auch eine Langstrecke anzubieten zu den bisherigen Zielen, das ist dann in Florida, Kalifornien, New York oder sogar in die Karibik nach Puerto Rico. Also die Norwegian, die gelegt los, hier ab Düsseldorf. Anderer Billigflieger auf den Europastrecken, das ist die EasyJet und die haben ab Sommer die Flüge freigeschaltet von Hamburg nach Bordeaux, Valencia oder Rodos geht es da. Ich habe mir das auch nochmal genauer angeschaut, wenn man hier auf der Webseite vom Flughafen Hamburg ist, dann sieht man die Flugtage. Nach Bordeaux geht es dreimal wöchentlich, nämlich dienstags, donnerstags und sonntags. Nach Valencia sind es zweimal in der Woche, mittwochs und samstags. Und nach Rodos ist es auch zweimal in der Woche, jeweils montags und donnerstags. Das wäre noch nicht alles mit EasyJet, die gibt es nämlich auch ab Berlin. Und da schauen wir nochmal rein, was die denn da noch alles haben. Es gibt eine ganze Menge. Berlin-Schönefeld-Bastia ab Ende Juni. Wöchentlich geht es da. Berlin-Schönefeld nach Pula Ende Juni. Dreimal wöchentlich. Berlin-Schönefeld nach Warena zweimal wöchentlich ab Ende Juni. Und hier ist noch eine ganze Menge dabei. Da sind nochmal die Hamburg-Flüge. Wir haben noch London, Manchester, Mailand, Neapel, Paris. Basel ist sowas im Südwesten Deutschlands. Basel-Mühlhausen, da geht es zweimal wöchentlich nach Biarritz. Also auch so ein typisches Sonnenreiseziel. Genauso wie Dubrovnik, was Ende Juni zweimal wöchentlich an den Tagen 3 und 7. Das wäre also der Mittwoch und der Sonntag bedient wird. Haben wir unten noch was? Zürich würde auch den deutschsprachigen Raum betreffen. Von der Lufthansa. Da haben wir sieben Neuigkeiten. Und die kommen immer aus dem Newsroom der Lufthansa-Gruppe. Das ist also das Presseportal. Da schalten wir kurz rüber. Und da sehen wir dann die neue Verbindung von Frankfurt nach Pula. Ja, zweimal wöchentlich, montags und freitags. Zwischen Ende April und dem 20. Oktober verbindet die Lufthansa Pula. Und das ist auch so eine Abendverbindung. Flugzeit sehen wir hier eine Stunde 30. Und da drunter, so leicht versteckt, hat die Condor uns die neuen Flüge, die es auch im Sommer 2017 geht, ab Frankfurt und München. Das wären die beiden Airports in Deutschland. Und da geht es dann nach Santiago de Compostela in Spanien, nach Bordeaux in Frankreich, Schönen-Irland, hatten wir schon drüber berichtet, Heringsdorf in Deutschland, Paderborn. Auch das hatte ich drüber berichtet, dass das alternativ natürlich auch mit dem Zug ginge. Und ganzjährig nach Funchal auf Madeira, das gehört zu Portugal. Und München ist eben auch mit Santiago de Compostela verbunden und mit dem französischen Nord. Die Germania, die baut wieder was in Berlin-Schönefeld aus, nämlich Flüge in Sonnenziele nach Ägypten, Cham-El-Sheikh hätten wir hier. Oder die Kanaren sind vertreten mit Fuerteventura und Gran Canaria. Eine andere Charter-Gesellschaft oder Urlaubsfluggesellschaft ist die Condor. Natürlich, die haben auch Langstrecken. Und im Winter 2017, 2018 könnt ihr montags von Frankfurt auf die Bahamas kommen. Also jetzt schon den Winter 2017, 2018 buchen. Dann seid ihr bei den Early Birds, bei den frühen Vögeln und könnt die Frühbucher-Rabatte bekommen. Wir sehen, dass das hier der Flugtag montags ist. Die Maschine ist eine Boeing 767-300. Die hat nicht nur die normale Economy Class, die hat noch die Premium Economy Class oder Premium Class und dazu noch eine Business Class. Geflogen wird auf dem Hinweg non-stop und auf dem Rückflug gibt es einen Stop in Baradero. Das ist auf Kuba. Das nächste ist die Vis Air und das ist ein wahres Feuerwerk, was die hier kurz vor Silvester raushauen. Zahlreiche neue Verbindungen. Ich würde da gerne mal reinklicken. Wir haben jetzt hier die Meldung Warner. Das ist in Bulgarien an der Schwarzmeerküste und das geht hier ab Dortmund-Eindhoven, Westdeutschland, nicht weit nach Holland. Und ab München sagen die dazu, Munich. Das ist aber Memmingen im Allgäu. Das wird von Ryanair auch schon mal als München-West bezeichnet. Das ist 100 Kilometer von der Innenstadt Münchens entfernt. Sollte man darauf achten, dass Vis Air das hier gerne mal so ein bisschen durcheinander schmeißt. Wir gucken uns nur mal kurz die Karte an, wie das hier genau aussieht. Hier haben wir Warner am Schwarzen Meer, nördlich der Türkei. Da ist Bulgarien. Von Warner könnt ihr auch weiterfliegen nach Lanarka auf Zypern. Warum denn nicht? Und das verbinden, wenn es da zu kalt ist. Zypern ist immer noch sehr lange bis spät in den Oktober warm. Und die Fieder sind also hier Dortmund-Ruhrgebiet-Eindhoven. Seht ihr, ist ganz nah an der Grenze von Deutschland. Und Memmingen ist im Süden. Das war noch lange nicht alles mit US Air. Es geht auch von Hannover nach Bukarest. Auch für euch jetzt hier nochmal die Karte. Bukarest ist die Hauptstadt von Rumänien. Ist etwas nördlicher von Bulgarien. Und da geht es nicht nur von Hannover aus hin und zurück, sondern auch von Billund. Das ist in Dänemark. Also für die, die ganz im Norden wohnen. In Flensburg zum Beispiel lohnt sich vielleicht noch der Weg nach Billund. Und von Bukarest kommt ihr dann auch weiter. Ihr könnt das auch verbinden mit Lamezia Terme. Das ist hier unten an der Stiefelspitze von Italien im Süden. Oder ihr fliegt noch weiter auf die Kanaren nach Teneriffa. Immer noch nicht alles mit US Air. Wir haben nicht nur Bukarest, die Hauptstadt von Rumänien, sondern auch Budapest, die Hauptstadt von Ungarn. Und wenn ihr da erstmal von Deutschland aus mit US Air, gibt es so viele Verbindungen, dorthin geflogen seid, dann könnt ihr dann noch weiter. Das hatte ich hier kurz einen Schritt zurück. Entschuldigung. Da habe ich noch geschrieben, wo es da hingeht. Und zwar nach Podgorica. Das ist in Montenegro. Dann hätten wir Pristina. Das gehört zum Kosovo. Wir haben Sarajevo, die Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina. Skopje in Mazedonien. Und Tirana in Albanien. Nochmal die Karte. Kurz zum Reinschauen. Sarajevo, Podgorica, Pristina, Skopje und Tirana. Die haben hier so englische Begriffe dafür gewählt. Immer noch nicht alles mit Wiss Air. Es geht noch weiter. Und zwar der Flughafen Nürnberg. Der ist jetzt ab August 2017 mit Kiew verbunden. Und auch da müssen wir feststellen, dass das nicht die erste Route von Kiew nach Deutschland ist und umgekehrt. Sondern es ist auch schon eine Verbindung nach Dortmund, Köln, Hamburg und Memmingen vorhanden mit der Wiss Air. Das war es jetzt erstmal mit vier Meldungen der Wiss Air. Ich komme nochmal zurück an den Flughafen Hamburg. Und dort vermelden wir dreimal wöchentlich die Ryanair, die neu im Sommer von der Elbmetropole nach Valencia, nach Spanien fliegt. Mein Tipp ist sowieso Valencia. Wenn ihr schon Madrid und Barcelona kennt, das sind die interessantesten und schönsten Städte Spaniens. Aber Valencia ist so der kleinere Geheimtipp, der nicht bei jedem auf der Landkarte ist. Und unheimlich schön eine größere Stadt mit sehr viel Architektur von dem Herrn Calatrava in der Stadt zu sehen. Und ganz nah am Strand. Also man kann das ganz toll verbinden. Und wir sehen hier auch die Frequenzen. Dreimal wöchentlich. Ab dem 2. Mai 2017 geht es los. Und ihr könnt jetzt schon Tickets für 25 Euro bei Ryanair buchen. 10 Kilogramm Handgepäck inklusive. Was haben wir noch für Aktionen? Bis 31.12. läuft das Condor-Quiz. Da könnt ihr Fluggutscheine gewinnen. Auch das wieder in Zusammenarbeit mit dem Flughafen Hamburg. Ja, und die letzte Meldung, die ich hier habe, das ist die Air Berlin. Das kam heute rein, dass das in trockenen Tüchern ist, die Zusammenarbeit mit der Lufthansa. Ich habe gerade bei Twitter die Frage gestellt, wie steht ihr dazu? Sind das gute oder schlechte Nachrichten? Ich sage mal, bei den neuen Streckeneröffnungen habe ich die Air Berlin in den letzten Wochen eher seltener dabei gehabt. Ihr seht, dass die anderen Günstigflieger, wie wisst ihr, Norwegian, Ryanair natürlich, der Air Berlin, die Butter vom Brot nehmen. Und jetzt gibt es Reduzierungen. Es wird zum Lufthansa-Konzern, zur Lufthansa-Gruppe umgeswitcht. Und da gibt es ja die verschiedenen Gerüchte. Das wird meistens ja nicht mit Lufthansa dann geflogen. Die Maschine wird nicht umlackiert und zu einer Lufthansa, sondern man kann davon ausgehen, dass das eine Eurowings wird. Oder in die neue Flugkooperation hineinkommt, die jetzt noch den Namen Niki hat. Auch da gibt es Nostalgiker, die gerne die LTU wieder ausgegraben sehen möchten. LTU ist ein Markenname, der sich im Besitz der Air Berlin befindet. Alles hat mit der LTU angefangen und das möchte ich euch mal zeigen. Diese Airline News, die würde es heute nicht geben, wenn es nicht die LTU mal gegeben hätte. Vielleicht kann man das hier sehen. Ich habe nicht nur ein Foto rausgekramt, wo ich tatsächlich in einer L-1011, einer Lockheed TriStar sitze. Das legendäre Flugzeug, was Ende der 70er und in den 80er bis Anfang der 90er Jahre von der LTU eingesetzt wurde. Es gibt noch ein anderes Foto. Also das ist tatsächlich die Grundlage für die Webseite fluggesellschaft.de und auch für diese Airline News. Für mich persönlich wäre das nostalgisch schön, wenn es die LTU wieder gäbe. Ich hoffe, dass die Air Berlin da in Zusammenarbeit mit ET hat, eine vernünftige Entscheidung trifft. Ich finde es ein bisschen schade, dass es diese Palma-Strecken nicht mehr gibt. Das fand ich eigentlich eine ganz schlaue Sache. Diesen Palma-Shuttle, das Drehkreuz dort, die Weiterflugmöglichkeiten auf die iberische Halbinsel. Das hat wohl alles nicht funktioniert. Vielleicht nur in der Sommersaison und nicht in der frequenzschwachen Wintersaison. Ich weiß die Gründe nicht. Ich fand auch das kleine Drehkreuz in Nürnberg auch nicht so schlecht. Habe ich auch einmal benutzt und bin da zum östlichen Mittelmeer geflogen. Alles ganz gute Ideen. Wurden alle eingestampft. Die Air Berlin reduziert sich auf die beiden Abflughäfen Berlin und Düsseldorf, auf Businessverkehr innerhalb Deutschlands und auf die Langstreckenflüge. Das waren die Airline News Nummer 21. Ich hoffe, für euch war jetzt wieder was dabei. Ihr seid auch schon bestimmt im Weihnachtsstress. Deswegen möchte ich nicht mehr viel von eurer Zeit rauben. Ich wünsche euch besinnliche Tage. Ich hoffe, dass ich mich vorher nochmal mit der Airline News 22 melde oder in den sogenannten Zwischen den Jahren, wenn ich dann etwas mehr zur Ruhe komme, dass ich da nochmal eine Aufnahme mache. Es ist einiges geplant. Ich hoffe, dass ich euch da nicht allzu lange mehr auf die Folter spannen muss. Ich freue mich über Likes, über Kommentare, über euren Besuch bei Facebook oder das Folgen bei Twitter, wo es ja noch viel mehr Neuigkeiten gibt. Ich habe jetzt nur hier die Spitze des Eisbergs rausgesucht und wünsche euch erstmal angenehme vorweihnachtliche Tage. Bis dann!